Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart Wii. Wir spielen gerade online und ja, mal hoffen, ob es auch wirklich funktioniert. Ja, oder? Ja, es funktioniert. Das ist nicht mein erstes Mal, dass ich online spiele. Nein, es ist auch noch. Super. Ja, wählen. Nein, zufällig machen wir. Ja. Okay, nehmen jetzt alle zufällig oder was? Hallo? Donkey Kong, Schikane, Luigi's Piste, Regenbund Boulevard, Gamecube, Marius Piste, Kokospromenade, beide. Marius Piste war klar. Ich spiele mit Cooper, mit dem Willi-Bike. Ne, da. So. Spiele. Ja, das ist mein erstes Let's Play, den ich online spiele. Part, in dem ich online spiele. Verpisst euch. Nein. Ach, verdammt. Hä, wieso denn, du? Achso. Ja, und es macht mir auch richtig viel Spaß, mit anderen online zu spielen. Ja. Eben so was. Dann fahre ich mal ganz kurz die Abkürzung. Ach, verdammt. das ist doof. Oh, danke. Danke, danke. Nur mal zur Information, ich spiele mit Nunchark. Ey, das ist unfair, du cheatest. Hört auf. Mit dem Blödsinn. Zu cheaten ist unfair und doof. Cheaten ist was für, äh, armselige. Ja, seht ihr? Ey, der hat, der, hier ist ein Cheater. Hier ist ein Cheater. Hier ist ein Cheater. Hier ist ein Cheater. Ja, wirklich jetzt. Hier ist ein Cheater. Hier hat gerade jemand einen roten Panzer nach hinten geworfen und jemanden dann getroffen. Das ist, das... Ich kapier's nicht. Ich kapier's einfach nicht. Also, wie das gehen kann, das will ich wirklich mal wissen. Ob Skill oder nicht, das war ein Cheater. So, Mary, wer ist denn hier der Cheater? Wer hat denn hier gecheatet? Das war doch bestimmt, ähm... Äh, wie's nu? Hier ist ein Niederländen. Ich glaub mal ein Deutscher, oder? Ist hier ein Deutscher? Ich glaub nicht. Ein Franzose, keine Ahnung. Und so. Also ich nehm zufällig. Ich nehm zufällig. Bin ja nicht bescheuert. Ich hab eben keine Lieblingsstrecke. Diese Mario Kart. Mach. Ja. Regenbogen-Boulevard. Sup. Gute Wahl. Da werd ich ja so schön abkacken. Wie noch nie. Nichts schlimm. Werden's schon schaffen. So. So. Und... Aber irgendwie mag ich den... Aber irgendwie mag ich... den Bumblevard. Guck mal, da sind Sternteile. Die sind von... von Prozent Super Mario Galaxy 2 gar nicht aufgefallen dass es da oben Sternteile sind Oh mein Gott war das knapp Oh mein Gott war das dumm aber wenigstens bin ich den roten Panzer entkommen ich hab glaube ich jetzt gerade den blauen Stachy-Panzer gehört und da kommt da auch schon danke E bist du hier derjenige der Cheatet das will ich nur nicht hoffen mein Lieber da 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 ich mochte Regenbogen Boulevard in Mario Kart DS die fand ich am coolsten glaube ich weiß ich nicht die cool war aber ich glaub schon und diese Musik lässt einfach ein zurückdenken zu Mario Kart Double Dash oder so und hoffen also Mario Kart 8 auch ein Regenbogen Boulevard kommt leider kann ich das nicht spielen weil ich keine Wii U hab und was ist mit mir los wieso falle ich jetzt immer wieder runter das ist doch blöd vierter und das noch was und das noch was ich ließe es nicht ja bis zu dumm David oder er kannst du den Trick mit dem Paul Block dann diesmal im Internet nach wenn man kann dass man verschwinde 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 wer verschwinden ist er hier etwa noch da der der Blitzkopf oder der der die Blitzwolke hatte ne ich will nicht hoffen dass er hier noch ist so falscher falsche Themenbox ups ups meine Wii Fernbedienung habe ich wieder gegen den Tisch kann gegen die Tischkante geknallt sorry da 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 hallo so du bist gerade bei einem Let's Play dabei ne das erlebt man ja nicht oft du bist ausländerin ausländerin ich weiß gerade nicht welches Land aber ich rate mal du bist Franzose ne so wenn du jetzt dann hast war das knapp ja du hast Bananen du hattest Bananen aber du bist nicht der diejenige die Tietz nein so der letzte kommt gleich ins Ziel oder na kommt ja da 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 ja geht doch so wir haben plus 88 Punkte gekriegt also Pluspunkte so nächstes Rennen bitte warte so das ist glaube ich auch schon das letzte Rennen würde ich sagen na komm dann da dort zufällig auch nie nicht schon wieder Mondblickstraße willst du mich auf den Arm nehmen wird zu sehen jetzt noch übertreiben ich will nicht vor allem ich will nicht nur mit Straße Luigi's Piste nun ja gar ja nun gar nicht ja was Marius Piste Game Cube oder Game Boy Nintendo Game Cube ja Nintendo Game Cube von Double Dash ist die Strecke ja Double Dash war auch ein cooles Mario Kart also ich hab's ausgeliehen hab's die ganze Zeit gezockt wegen den coolen Spezialitems es war einfach nur ein super Spiel das ich einfach nochmal spielen würde und ich würde es auch gerne let's playen aber leider habe ich es nicht mehr ich will nicht zu X Games äh rennen und mir da Double Dash kaufen denn das sind nur gebrauchte Spiele zu gebrauchten Spielen sag ich nein also schreibt euch das hinter die Ohren so 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 Das war gerade, äh, nicht so knapp, aber ich wäre fast von der Piranha getrunken worden, aber die wollte nicht zuschnappen. Ja, hallo, Player. Hallo, Player. Hallo. Wieso bist du... Och man, hör doch mal auf, so dumm zu sein. So, warte, 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 warte. Nein, bleib hier, bleib hier, ich will dich abschießen. Dann schieße ich dich eben nicht mit einem grünen Panzer ab und... Ja, dann eben nicht. Ich will Zweiter bleiben. Äh, Zweiter. Ich will Erster bleiben. Hast du kapiert? Kapisch? Thank you, thank you very much. Das ist der erste Part, in dem wir online spielen. Komisch, oder? So, Janik, jetzt siehst du bei mir, ähm, geht das Internet... Ich hatte, äh, bei mein Handy noch Internet an und... Hallo? Sind wir alle im Ziel? Och. Sorry, Player, aber du bist nicht der Beste. Und der Part ist auch schon zu Ende. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao.